So, alle Kisten gesammelt. Oh, Verfolgungsjagd ernsthaft. Habt ihr euch in den Büschen versteckt? In einem Café? Ich mach dir keine! Ja! Habt ihr euch in den Büschen versteckt? In einem Café? Verdammt, ohne Schaden habe ich es nicht geschafft. Aber warum kommen dann noch mehr? Ich hätte es fast geschafft. Ohne Schaden. Vielleicht bleibt ihr jetzt mal in eurer Spur. So. Nauert los, oh Quatsch. So, wo schleichen wir? Um Leben zu retten. Befrei in dieser Herausforderung, alle Geiseln ohne gesehen zu werden. Die Zeit ist los. Befrei tickt, also beeil dich. Ab zur Markierung, um loszuschleichen. Geiselnwärts. Klingt heftig. Denk dran, du kannst Gegner ausschalten, während du an der Wand lebst. Oh Mann, die Geiseln sind alle Piet. Echt lustig. Und schräg. Typisch Piet. Das war sehr, sehr gut. Wie soll ich denn da... Ne, mal ernsthaft. Wie soll ich denn da... Ausschalten, wenn die sich gegenseitig so gut bewachen? Dreh dich doch an der Wand in Position. Für einen Hangdown. Ich lass die Spider-Geiseln nicht im Stich. Ich muss schlechten. Och Mann! Der gibt mir ja sogar noch den Tipp mit der Wand. Ob Hologramm oder nicht. Die Geiseln sind geliefert, wenn die Wachen mich sehen. Aber wie? Wie geh ich ja nie. Gehst du mal wieder weg? Oh Mann! Mh! 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 Das war wunderschön! Nimm dich vor spinnende Nacht! Kolbshaft! Sehr strategisch! Für garstigen Hologramme haben keine Chance gegen Spider-Man. Oh, danke Spider-Man! Gern, g... Oh, stimmt hier. Ertrappen. Status, Alarm. Stille, ein Schlafgut. Wirkliche Störung in den. Alarm. 12 Minuten instan. Das ist doch scheiße. Wie lange ist der mit dem... Ich dachte, ich komme damit durch. Mann. Ich hasse die Schleicher-Herausforderung. Weil die auf Zeit sind. Ich schleiche nicht gerne auf Zeit. Ins Schleichen lasse ich mir Zeit. Ich muss sie von der Geisel weglocken. Versuche Sichtkontakt. Die Geiseln sind sicher. Solange die Wachen mich nicht sehen. So muss es bleiben. Oh Mann, der macht nicht, was ich will. Ach komm, dann seh mich doch. Mist, sie haben dich. Na, Alter. Wurde gesehen. Also nochmal. Warum drehen die sich nicht um, die Pisser? Willst du mich verarschen? Ein Problem weniger. Akustische Alarm. Mögliche Einringling. Untersuche irreguläre Daten. Du hast gesehen. Sorry, Mais. Was soll man das denn... Ach Mist. Ich dachte, ich komme damit durch. Was soll man das denn? Was soll man das denn tun? Ich wusste, ich schau' das. Ihr garstigen Hologramme habt keine Chance gegen Spider-Man! Gern ge... Oh, stimmt. Ertrappen. Mögliche Störung ending. Das war's. Und das... Und das... Damit kommt ihr nicht davon! Böse Hologramme! Du hast mich gerettet, mein... äh... Spider-Man! Krass. Super. Das war's. Das war's. Super. Oh, pewne! Suche nach feindlichem Ziel. mögliche störungen entdeckt das gibt blaue flecke wie gesagt auf zeit ist scheiße jetzt muss ich nur noch die geiseln befreien ich denke mal mit den neuen fähigkeiten vielleicht sogar die herausforderung hin jetzt will ich es erst mal nur schaffen habe ja unendlich zeit noch auch auch und die markierung oder manchmal muss man sich einfach jetzt ich liebe sie auch da ist die letzte herausforderung also wenn die letzten herausforderungen doch noch auch erst waren es drei dann waren es sechs und dann sind es jetzt neun verstehe also immer der reihe nach auch okay die 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 und lass dich dabei möglichst nicht treffen bei drei Treffern musst du neu anfangen ach du was 3 Treffer ok ich kann das wir das kalte Ausweichmanöver was erst im allerletzten Moment kostet gute Nacht 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 9 10 10 24 9 11 12 14 11 15 15 meint es echt ernst da kommen fernkämpfer vorsicht vor den schüssen das sind fernkämpfer einsatz so ein treffer macht nichts sind richtig Und hi Gabriel! Hmm... Geben wir das perfekte Ausweichmanöver. Weich erst im allerletzten Moment aus. Behalt die Basel. Kommt gern, Kämpfer! Vorsicht vor den Schüssen! Das sind echt viele! Da hütt, da kommt Angriff ein. Vorsicht, das entfernt, Kämpfer einsatz. Dann kommt was. Hat das irgendwer gesehen? Perfekt ausgewichen. Die Brutine, gestartet. Die nächste Welle kommt. Weitersucht. Piet, mag es schwierig. Simulierte Schüttel. Reise Ziele an. Siehe, halt mal höher gewonnen. Gott. Kommt, Reni. Neu. Ethisch! Die letzte Welle, du schaffst das! Noch mehr? Also gut. Los geht's! Na, krieg dich! Noch zwei Chancen! Ein Treffer! Macht nichts! Noch zwei! Da bin der Degon meins. Nur noch eine Chance! Ich schaff das! Ja, schaff das! Ach, Fick dich! Ich seh den Strahl, dann treffen die mich schon! Ich hasse das! Und das mit tausend verschiedenen Kombinationsangriffen, die ich drauf hab. Oh, komm! Ah, komm! Ein Treffer! Macht nichts! Zwei! Da bin Bewegung meins. Nur noch eine Chance! Ich schaff das! Kontakt positiv! Kontakt positiv! Ich geb dir gleich Kontakt! Ach! Scheiß doch drauf hier! Kämpfen wir einfach! Tief! Verhaltensschrawbeln! Genau so! Einen perfekten Ausweich seit Gegnerkunden betäubt. Grüblich! Aber das ist klappt! War es die Mühe wert? Das ist natürlich auch ein Metapher für die sogenannte Superhelden Sache! Das sind echt viele. Verbündete Einheit. Zerstören. Vorsicht. Das sind Fernkämpfe. Kampf-Supp-Routine. Gestartet. Führung nach. Kampf-Supp-Routine. Sie nicht zu meinem Kopf. Einheit so. Jetzt mag es viel. Ich habe ein Treffer. Noch zwei Schocks. Ein Treffer, macht nichts. Episch. Letzte Wette, du schaffst das. Mehr. Also gut, los geht's. Okay. Come here, ruck, pissa. Duh! muss ich ausprobieren schöne ist durch die neugierigkeiten die ich bekomme werden diese aufgaben sogar noch ein